So, Aufnahme für YouTube läuft jetzt auch. Das heißt, jetzt ist die Zusammenfassung gar nicht drauf, aber egal. So, dann, äh, dann, äh, kann's losgehen. Dog. Willkommen zu dem Sandcruiser Ictrosil. Wir entsprechen für den früheren Inzidenz. I'm sure everyone has already had the courtesy to introduce themselves, but allow me to introduce the Sandpirates leader, Master Bartholomew. So, er heißt eigentlich nicht Bart, sondern Bartholomew, aber ihnen nennen halt alle Bart. By the way, may I ask your master, did you apologize to Master Faye? What? Uh, yeah, I told him I was wrong, right? Just telling someone you were wrong after the event isn't going to solve everything, young master. I'm sorry, I've delayed introducing myself. My name is Sigurd, the first mage of this Sandcruiser. Well then, please let me know if you need anything. That's the situation, so now forgive me, will you? Young master, stay out of mischief. Don't blow my ears. Let us go and wait in our cabin until we arrive. It is well made and comfortable. What is wrong? You look down. No, well. Something happened. No, nothing. Lecker, lecker. So, jetzt sind wir nur noch winzig kleine Pixel, weil wir im Gear-Hangar sind und der ist riesengroß. Ich kann das mal eben zeigen, ähm, da ist Barts Gear, da ist Weltall, oh, jetzt bin ich sogar drauf zugelaufen. Das wollte ich nicht. Kann man sich halt hier auch nochmal näher angucken. Und, ich muss immer an Tennis-Felder denken, wenn ich hier durchlaufe. Das, wo ich jetzt gerade stehe, das sieht irgendwie aus wie ein Tennis-Feld. Ähm, ja, riesengroßer Gear-Hangar. Hier ist auch ein Gear-Shop. Ähm, der ist irgendwo da drüben, aber da werde ich jetzt erstmal nichts einkaufen. Wenn man hier zum ersten Mal drin ist, kann es auch ein bisschen schwer sein, überhaupt den Ausgang zu finden. Das ist nämlich diese winzig kleine Tür hier drüben. Eigentlich. Hallo? Gehst du auf? Äh, die Knöpfe nicht richtig belegt? Moment, belegt? Moment. Vielleicht ist es auch die winzig kleine Tür an der anderen Seite. Ja, wahrscheinlich. Äh, die, 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 fängt ja gut an, echt mal. Ja, da, da ist sie. Hallo, ich meine, die sehen ja auch schon jetzt gleich aus. Nur, dass hier noch einer daneben steht. Ich dachte erst schon, ich hätte den X-Knopf irgendwie nicht richtig belegt. Aber das kann ja nicht sein. Ich habe die Steuerung seitdem nicht geändert. So, hier, äh, links. Oder ich kann mal andersrum zeigen. Hier rechts ist so ein extra Zimmer. Sehr hübsch finde ich übrigens. Spiegel und, keine Ahnung, ist das eine Spieluhr vielleicht? Können wir sowas machen. Lampe. Komischer Pinguin, irgendwas. Wenn ich, äh, hier links ist so die, die Kajüte, wo ganz viele pennen. Hier ist, äh, die Schwester, die man letztes Mal gesehen hat. Ja, die, die Krankenschwester. Aber ich glaube, wir müssen uns jetzt erst mal einfach nur ausruhen. Wir sind fast auf der Basis. Puh, endlich eine Woche zu resten. So, muss ich mich ausruhen? Ich glaube, ich muss mit dem da sprechen. Das ist, wo wir resten. Du willst auch resten? Ja. Es ist ein bisschen schlau, so baue ich mit dem da. Kein Problem. Entschuldigung. Da ist das Mikrofon runtergeflogen. Einen Moment. Besser gesagt, das Mischpult ist runtergeflogen. Und das Mikrofonkabel ist nicht sehr lang. Aber das haben wir gleich. Meine Güte. Erst finde ich die Tür nicht, dann schmeiße ich das Mikrofon runter. So. See ya. Ja. So wie es aussieht, musste ich hier doch noch nicht schlafen. Na gut. Ich schätze, dann gehe ich jetzt einfach mal zur Brücke. Die gibt's nämlich hier. Das ist ein Fahrstuhl. Hier geht's, ähm, zu so einem riesengroßen Meetingraum. Den sieht man später noch. Muss ich jetzt nicht unbedingt zeigen. Wir fahren erstmal mit dem Fahrstuhl nach oben. Hier sieht man schon, da ist die Brücke. Hier kann man auch ganz nach draußen, aber wenn die gerade, ja, do not open hatch while in motion. Ich meine, wenn die gerade unterwegs sind. Vor allem, wenn sie unter dem Sand rumfahren, weil es ist ja ein Sand-U-Boot. Gibt's natürlich klügere Sachen, als die Luke aufzumachen. We're almost at my hideout. We're almost at the hideout. We'll probably stop there for a while for supplies and repairs. Ah, gut. Zu den Stimmen kann ich gleich wieder sagen, ich, äh, versuche jedes Mal alle so ein bisschen unterschiedlich zu sprechen, aber jede Woche vergesse ich auch wieder wen ich wie gesprochen habe. Also erwartet keine, ähm, wie sagt man, erwartet nicht, dass es jedes Mal gleich klingt. Wahrscheinlich vergesse ich sogar manchmal innerhalb einer Session, wie ich immer gerade gesprochen habe. Ich glaube, Graf habe ich letztes Mal alle zwei, äh, alle 20 Sekunden eine andere Stimme gegeben aus Versehen. Undocken. Da sieht man das ganze Ding mal. Das, äh, den Santa Cruiser. In all its glory, sozusagen. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie das, äh, funktionieren soll, aber deswegen ist es ja ein Spiel und nicht die Realität. Ah, das Ding muss ganz schön groß sein. Sieht man, glaube ich, gleich auch. Und da sind wir, im Barts Versteck. Und Fay ist irgendwie ziemlich, äh, schweigsam im Moment, als es noch nicht aufgefallen ist. Bart, gut zu sehen, dich wieder. Willkommen zurück, Bart. Willkommen zurück. Bart, was hast du uns gebracht? Well, ich habe ein neues Modelgear und zwei Leute, die wir helfen haben. Ey, was heißt hier, das ist nicht dein Gear, ja? Wer hat gesagt, dass er jetzt dir gehört? Ah, Gear, how boring. Don't you have anything more interesting? I thought you'd say that. Look, this is amber I found in a stalactite cavern under the desert. It's rare to find one with a bug in it. Well, thanks, Bart. We got some amber. What's that? Oh, we're gonna show it off to everyone. Okay. Okay. Well then, I'm gonna tune up my Gear, Lynn. Warrant you to, uh, go have some tea with old Mason. Thanks, old Mason. Äh, was? Äh, ja, okay. Please, walk this way. Ich habe mir jetzt jedes Mal angeboten, also habe ich jedes Mal angeboten. Also, hab ich jedes Mal angeboten, also habe ich jedes Mal angeboten, also habe ich jedes Mal angeboten. Also, es ist jetzt voll schwer für mich, das mich umzugewöhnen. Also, selbst wenn jetzt vielleicht der nächste Franzose mir wieder sagt, dass es Maison sein sollte, für mich ist es Mason. Das ist die Residenz-Sektion. Geh diesen Weg. Oh, ich steuere ja sogar selber. Dann folge ich mal. Das ist die Residenz-Sektion. Sorry, es ist so... Was? Gorsch? Gautsche. Gorsch, keine Ahnung. Kann ja auch nicht alle Wörter kennen. Gorsch, würde ich sagen. Kann ja mal, wenn jemand Bock hat nachzuschlagen. G-A-U-C-H-E. Was heißt das? Wahrscheinlich sowas wie Messi. Bitte nehmen Sie einen Seat. Vielleicht möchtest du ein wenig meiner übrigen Tee. Master Faye, ein guter Doktor. Und noch besser ist gleich die Animation, wenn sie trinken. Wenn sie trinken. Genau. Da war wohl keine Zeit mehr, um etwas besseres zu machen. Junge Besucher sind wirklich rar. Der junge Master muss sehr glücklich sein. Wenn Dinge normal wären, würden wir nicht in dem Dessert leben. Aber lieber zurück in dem Royal Palace. Royal Palace? Du meinst, dass der junge Mann mit der alten Fatima-Dynastie verbunden ist. Letztes Mal hat Bart auf die Hauptstadt von Awe gezeigt. Und gesagt, da ist die Hauptstadt. Und da ist auch das Schloss. Der Fatima-Familie. Die junge Mann ist der letzte letzte Mal-Fatima-Dynastie. Nein, ich bin nur ein altes Falsch, der klingt viel zu viel. Ich bin nur ein altes Falsch, der klingt viel zu viel. Ich kann keine Ahnung, was ich gesagt habe. Aber diese junge Mann hat eine bestimmte Bearing. Oh, 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 oh. Allsprünglich sind sehr gut von dir zu bemerken. Wenn ich bitte, würde ich dir sagen, würde ich dir sagen. Die junge Mann ist der letzte vergangenen Erinnerung der alten Fatima-Dynastie. Das ist, bevor sie von Shakaan-Minionen wurde. Der Name Shakaan ist schon mal gefallen. Letztes Mal, als Bart, äh... Als Bart, äh... Als Faye und Kitahn gefangen waren. Und Bart, äh... Den Gefangenentransport beobachtet haben. Und, äh, den Gear-Weltall obendrauf gesehen haben. Meinte Bart, ähm, halt... Cool, neuer... Voll der krasse Gear, der darf Shakaan nicht in die Hände fallen. Prinz Bartholomew Fatima. Bartholomew. Ed Bart, the fourth successor. Ich bin sicher, dass sie übernommenen, dass Bartholomew eine Krankheit vor 12 Jahren sterben. Offiziell, ja. However, in reality, we rescued the young prince from Shakaan's evil grasp. Then why must the prince, the rightful heir, resort to piracy? Since fleeing here, we have had only one wish. That the young master would grow up to be a great man. Not to reclaim the throne. That is correct. Of course, to say we have absolutely no desire to restore his rule would be a lie. We have plans for that as well. And part of those plans would include piracy? Well, yes, but there is a reason for that. Both Avia and Kislev are devoted to excavating the ruins. Each country's strength is increasing daily. Even if we could get the help of all our comrades to start a revolution, the combined strength of all of us would still not be enough. We would certainly be suppressed by Shakaan's guards in no time at all. We needed power. We tried excavating the ruins using the ectrasil, but it didn't work as well as we expected. Excavating requires tremendous amounts of time, labor and capital. The best we can do with our sand cruiser is to find small items in the sand. And the piracy? Regardless of who gains the ruins technology, one thing is certain. Both Kislev and Avia will simply use that power to oppress the other. I agreed with the young master's idea of creating a new power to balance things out a little. I see. It is far more effective to plunder from the shadows than to excavate the technology oneself. Of course, pillaging is an unprodenable act. However, for Avia, for Ignace, to continue like this... I am sorry if it sounds rather self-righteous. That is something which outsiders like yourselves cannot comment upon. The diplomat just said. From what you have told me, I feel that the result of what you are doing will be good. Seeing your children here tells me that. I am much relieved by your words. You are absolutely looking for the past. One cup of tea? Yes, please. Thank you! Feja hat noch gar nichts getrunken, oder? Warum würde Schokann nehmen sie? Aber die Fatima Jesper... Die Fatima Jesper, die ist setzend zu zeigen, wo der Great Treasure ist... Mein guter Doktor, ihr wisst viel, ich bin mir am meisten empfiehlt. Also, es ist nicht mein Kopf. Du möchtest nicht mein Teamaster? Nein, ich bin einfach nicht. Wir haben keine Ahnung, was der Great Treasure ist, aber es ist gesagt, dass es stark genug ist, um unser König zu retten, wenn es ever in Platt ist. Und die Jasper hat die Jasper, die die Location sagt? Nur die Hälfte, um es zu präsentieren. Jasper ist glaube ich so eine Art Juwel. Die Young Master und Mrs. Margaret, alle haben eine Halte. Nur mit den beiden Halten wird jemanden wissen, wo die Treasierung ist. Was ist die Fatima Jesper? Wenn Sie sagen sie eine Halte, ich imagine eine Art Juwel. Nur die Heir zu Avernisa wissen, was es wirklich aussieht. Ich verstehe. Ich verstehe. So das ist warum sie haben sie Locked-Up. Mein guess ist, dass wenn sie da finden, die Chancen ist, dass sie nicht... Oh... 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 AN A Ita veio und nichtum. Was القibelt gewesen ist, hätte ich noch so wahr, bitte nicht zu sehr hart اذا macht. Das ist ein wenig herausragensatz sim器. Was genau das bedeutet, bei Great Treasure? Well, I haven't the foggiest. The gear. He means the gear. It has to be it. Your master. Are the gears alright? Yeah. Even though they were sealed, sand's got into the joints. It's a pain in the neck to fix, so I'm having the crew take care of it now. My job is just to pilot them anyway. Besides, I'm bad with machines. Machines. So I'll just get in the way. Your master. Jetzt hat er auch eine Tasse. War die vorher schon da? Hab ich jetzt gar nicht bemerkt. Anyway, what were we talking about? Whether the great treasure could be a gear? Oh, yeah. You know, something like that is drawn in one of the other picture scrolls. Picture scrolls? Well, if you're interested, then let's go to the planning room. I'll show you what I mean. Since you're my special guests. That sounds interesting. Well, he has nothing to say. Except that he doesn't want to do it. He doesn't want to do it. I'll show you what I mean. So, yeah, I'll show you what I want to do it. I'll show you what I want to do it. And I'll show you what I want to do it. This place is incredible! They probably do not even have equipment like this in the capital! Haha! Surprised? All this technology is thanks to SIG! SIGWET SIGWET Hey Faye, don't stand on the screen! We won't be able to see! Alright man, display my special file on the main screen! Uh, fancy! Was kommt jetzt? Was ist das? Oh, oh, das war das falsche Video! Schnell das andere! Hm... Ein Bildschirm zu scrollen, fast 500 Jahre. Äh, 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 äh... Tetsuya Takahashi hat irgendwas mit, äh, 500 Jahre vergangen... Mag er irgendwie... This is King Fatima I. His body cloaked in flames, making a blood oath with giants. They say he used the strength of the giants to found Aave. It is amazing that such an ancient scroll exists, and in such good state too. I thought the ethos controlled all such things as these. Normally, yes. But this was one of my father's prized possessions. Next! After founding the country, Fatima forced the giants into slumber, to protect his kingdom's people if needed in the future, but we don't know where they are hidden. In another record, one of the giants is called the Great Fatima Treasure. What about the Jasper? Hey, you sure know a lot. Perhaps you are one of Shakan's spies? Of course not. It is only an intellectual interest. Just kidding. It appears the Jasper is the key to finding our treasure. A key? Could that be what Shakan is looking for? Not just him. Gebbla is also looking for him. Really? Then we must rescue Margaret as soon as possible. You are telling me. Since we helped you, I was wondering if I could in turn ask you a favor. What do you want to help you? They have us on the prison ship by now sinken lassen, and they wanted to steal our gear. On the other hand, we would have been sent to a prison camp. Would that favor be for us to help you rest? Right boy, that's exactly it. I heard from Sigurd. It seems that both Ave and Kislev are after you. So we can help you, and you can help us. How about it? It's not much to ask. Well, if it pays for my room and board, then I will help in any way I can. What do you think, Faye? You have not said anything for a while. Yeah, you were great back there in that stalactite cavern. Your strength alone is greater than ten or twenty of Shekhan's guards. I'd love to have your power on my side. Why does everyone want to make me fight? What's wrong with you all of a sudden? Eh? I just don't feel like it. Love to have my power? I don't have any. What's wrong with you, Doc, everyone? You're driving me to the brink. Then there's that gear, Graf, and my father. I don't have the time to help you out with your problems when I've got enough of my own. Oops. What's with him? Is he always that short-tempered? No, that's not it. I am sorry. Things have happened so fast that he has not had time to deal with it all yet. Try to understand. Haha, you mean to Shinji, Faye. We're gonna have service gears now. Yay! Let's go! We're going here. My room. Enter and die. Haha. I always thought that was great. Enter and die. Bart. Enter. Who's this picture of? A little boy and girl. Iron Whip. Bestes Versteck aller Zeiten. Volle Kanne. Boy, what's up with this Faye guy? I try and become his friend and he suddenly explodes in anger. Well, looks like he's got a lot on his mind. I don't want to force him. But he would be fun to fight. Maybe he'll ask again. If I lie and wait under the elevator. Da gehen wir dann jetzt auch mal hin. Du hast verpasst, wie ich aus dem Gierhangar rausgehen wollte und die falsche Tür genommen habe. Also ich stand an der falschen Seite da, wo zwar auch eine Tür aufgemalt ist und da nichts passiert. Und hab mich gewundert, warum nichts passiert. Das war nicht einer meiner glorreichsten Momente. Oh, was für ein Zufall, dass er hier ist. Das ist gut zu hören, dass der Stream gut läuft. Also... Es ist ja keine Pixel, keine Blöcke. Kein Abbruch. Also... Listen. I'm sorry for being a jerk. Just... Now... Forgive me, will ya? What? Anyway, sorry to bring it up again, but... No! What? I don't like fighting like you do. I only got into that gear because I had to. Rather not ride them. If you want that gear so much, then you can have it. I don't want it. You think I like fighting. Is that it? Don't you? Sure looks that way. Looks like the only thing you do enjoy is fighting. I can't let that slide. Who likes fighting? Take it back. Like it or not, I fight because I have to. I got my reasons, but you won't understand. Well, I don't have a reason to fight. I don't want to fight. I just want to live in peace and quiet. But you people keep on hounding me to get into a gear. Why don't you just leave me alone? It's because I see your skill and think... Well, I hate it. Whenever I get into gear, people get hurt. If I fight, people die. I don't want to hurt people. And I don't want anyone to die. I hate it. Can't you see that? Yeah, I know the feeling of just wanting to run away from reality. But do you think the kids left behind in your village would understand? Sain told me what happened in Lahan. Would it have been better if you had done nothing? Sure, that happened because you were in the gear. But even if you hadn't, people would have died, right? You weren't the reason. War. Know the people who started the war are the reason. Unless you get rid of the reason, nothing will change. I fight to get rid of the reason. Right now there is no other way, so I have to fight. But that doesn't mean I enjoy it. I understand why you would feel guilt toward the kids in your village. And I know why you don't want to harm others. But if you want to make it up to those children, don't you have to fight? You do have a reason to fight, a reason you must fight. But as long as you ignore it and continue to run away, those kids will never forgive you. Just remember that. And another thing. I'm not saying that not helping means running away. You don't have to help. This is my own problem. I don't want to get you in this against your will. But if I had your skill, I could bring all of this to an end. And make it up to those kids. Because that's what I think. Anyway, sorry to hold you up. The mechanic wanted to talk to you about your gear. You probably don't care now, but at least hear what he has to say. Okay. So. Dann gehen wir mal kurz zum Mechanic. Das ist sogar unscheinbar. Da nur mal so kurz hingehen und mit dem reden. Aber es ist eigentlich sogar eine recht flachige Sache, die man sich für irgendwann später mal merken sollte. Was der uns zu sagen hat. Na wo ist er denn? Oh. Wahrscheinlich schon gleich hier. Chip. Yo. Du. Oh. Nicht du. 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 Do. Prenz. this machine, do you guess? Oh. And he is worth it. I don't. hey Sigurd, dog, what's up we would like to have a word with you okay look over there can you hear me, since I first looked in Faye's eyes I knew you're the same as me, you don't understand me, sorry thought just imagine it, I have no confidence I follow after you dad, it'll just be like some decoration at the moment I can't even carry out your will let Rolel rescue Margie told him he was only running away, but I'm really the one who wants to run the young master asked me to apologize to you pretty strange, huh he knows it's best to apologize in person but the young master isn't all that good at this sort of thing yeah, habe ich gemerkt he may not look it, but he is really quite lonely he's always searching for a friend we, his minders, cannot become his friends even if we wanted to he just wouldn't see us that way, he knows that why you ask, it's because of the burden that he bears it must be difficult for one so young to carry so heavy a responsibility but he does try to do his best, you know that is why we stick by him, it has nothing to do with him being the prince Faye, I sense you two are carrying a heavy burden this might be a selfish request but would it be possible for you to help the young master I'm not asking you to burden yourself with his problems or responsibilities but could you two, with whatever it is only you two each know help the other, please sorry, I need time to, of course, take your time, it is completely up to you whatever you decide, we will be leaving early tomorrow morning after you've finished preparing for tomorrow, you probably should get some rest you can use the bedroom in the residential area above I wish to speak to Sigurd some more, so you go ahead and get some rest okay, best buddies das mach ich denn auch ich bin mir grad nicht sicher, ob ich noch irgendwelche neue Ausrüstung hier kaufen kann ich glaube, da werde ich mal wirklich nachschauen, ganz schnell ähm, hier ist nämlich, äh, nein, nicht da hier bei der, äh, bei der, ähm, dining hall, kantine oder so ist ein Gearshop mit dabei okay, du kippst, vielleicht ein Shoppinghof warum denn, das auch wenn ich mich noch gar nicht sicher bin, muss ich sie schaden ah, okay so, Tune Up machen wir wie immer, gucken wir nach Engine ist noch dasselbe Frame gibt's auch noch nichts besseres Armor, oh, Armor gibt's nichts besseres Fuel ist noch aufgeladen Sein Gear haben wir auch, beste Armor aber, beste HP aber, ja, beste Engine meine ich best, beste HP aber, aber noch nicht Weapons die hat er Teile ja, bei, an der Universität Trier was es da in der Kantine gab, schmeckt tatsächlich als hätten wir Teile reingetan ähm, was haben wir denn hier so, kein, nicht, ne, sieht nicht interessant aus Gucken wir nochmal eben an ah oh, klingt auch nicht so uninteressant in der Geschwindigkeit ähm, irgendwas hier achso, das sind mal solche Sachen ne, okay, I'm good auf Wiedersehen und bei wenigstens ein bisschen mehr, äh, Armor für unsere Gears dann legen wir uns mal aufs Ohr so, das war jetzt aber diese Tür hier auch mal QuickSafe machen diese Injury ist so pathetic, I can't let the Master see me like this, ja oh, oh, please be more careful good medicine always tastes bad, everyone knows that we'll leave first thing tomorrow, are you ready? alright did you forget anything? I'm okay okay, sleep well good night hm I'm so very tired ah oh, da ist die Idris hier so, jetzt kommt Team Rocket good word it's the base, alright was soll ich denen jetzt alles für Stimmen geben? mal gucken, ich werde es wahrscheinlich sowieso andauert durcheinander bringen wie, hast du das jetzt gerade auch geschrieben, ohne zu wissen, dass ich das sage? Zedrock was easy to break through ne, jetzt echt? nicht schlecht bei dummer ein Gedanke, ne? I thought it would be a little harder these surface derweilig lamps sure live in a nice place look at that they built this place for better than the facilities at Lanivik it's probably a hidden fort build when their old king was still around okay, let's just get this over and done with, cause I'm so beautiful so, where are the gears? seeht aus, als ob's gleich Jager gibt, ne? over here to the right, this hangar found them, cause I'm so beautiful these are... what? Dürer mods? they're standard pirate gears ha, ignore those, we can take them out fast we'll not take a few even if we only get those, it was worth sneaking in alright, Spariel is now in place at the back also how much Spariel is? get ready to take out anything that gets in our way prep complete, okay, over here, anything is fine go oh oh ab geht's what are you, what are you doing, you have to be honest central hall my